Mein Name ist Christian Hartmann. Ich arbeite am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Ich leite dort den Forschungsbereich Einsatz und auch die Einsatzgeschichte und ich habe gerade ein Tagebuch ediert über die Zeit in Afghanistan 2010 und der Autor steht neben mir. Das ist der Hauptfeldwebel Götz und der wird jetzt noch einige Worte zu dem Tagebuch sagen. Ja, ich bin der Autor. Ich habe das Tagebuch ursprünglich mal geschrieben, um meine Erinnerungen oder meine Erlebnisse im Einsatz aufzuzeichnen. Vor allem für die spätere Aufbereitung, für die Ausbildung im Standort zurück und ja, jetzt ist daraus dieses Buch entstanden. Jetzt steht es allen zum Lesen zur Verfügung. Ich freue mich schon und bin gespannt und ja, es soll auch an die Geschichte des Afghanistan-Einsatzes erinnern und an alle, die dort ihren Dienst geleistet haben.